Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über grün-weiße Liebe, imposante Zahlen des neuen Börsenprimes und das unfassbare Gehalt des Expedia-Chefs. Im Thema des Tages analysieren wir, ob Tech inzwischen billig oder immer noch teuer ist. Und in der Triple-E-Idee feiern wir die psychologische Wirkung des Aktiensparplans. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Montag, der 16. Mai und wir wünschen euch einen triumphalen Start in den Tag. Und ja, was soll ich sagen? Alle, wirklich alle Zeichen stehen auf grün. Bei dir wohl eher auf grün-weiß, lieber Nando. Ja, das stimmt. Was die wunderbaren Ereignisse vom Sonntag betrifft, rede ich natürlich tatsächlich vor allem von grün-weiß und von meinem ruhmreichen SV Werder Bremen, der Gott sei Dank direkt wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. In die Erste. Und dahin, wo er natürlich hingehört. Ich bin wirklich sehr, sehr erleichtert und froh und glücklich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ein Mecklenburger so euphorisiert ist, das hört man nicht alle Tage. Insofern sage ich auch nur grün-weiß, lieber. Ja, da kann man auch mal kurz abschweichen. Unbedingt, ja. Vom eigentlichen Thema. Wunderbar. Aber wir kommen wieder zurück zum Börsen-Podcast. Aber wie gesagt, alle Zeichen. Der Bremen-Lay, die hat auch gewonnen. Also insofern, es gibt auch grün-weiß, gibt es auch an der Börse. Genau. Und man muss auch sagen, tatsächlich, alle Zeichen standen tatsächlich irgendwie zuletzt auf grün, zumindest den letzten Börsentag, nämlich den Freitag. Da sah es echt extrem vorfreulich aus, sozusagen in Vorfreude auf den grün-weißen Triumph am Sonntag. Nein, also der DAX war am Freitag tatsächlich mit relativ deutlichen 2,1 Prozent im Plus und auch Amerika performte ziemlich gut. Nasdaq fast 4 Prozent am Ende und der S&P 500 legte 2,4 Prozent zu. Grundsätzlich aber, muss man sagen, erlebten wir die sechste Woche in Folge mit negativen Vorzeichen. Aber für diese Woche sieht es ein bisschen besser aus. Ach ja, warum das denn? Naja, was man hier schon sehen kann, China öffnet wieder langsam nach dem Lockdown in Shanghai, öffnen Läden, der Alibaba-Campus macht auf. Das ist schon mal positiv. Und außerdem, so eine Rallye, wenn die erstmal läuft, kann die bestimmt nochmal einen Tag oder zwei oder drei länger gehen. Insofern, selbst wenn es eine Bärenmarkt-Rallye ist, kann das noch ein bisschen andauern. Und dann haben wir den Bitcoin wieder deutlich über 30.000. Das zeigt ja auch, dass wir wieder ein bisschen mehr Risikofreude im Markt sein. Aber, was wir nicht sagen wollen, der Tiefpunkt, der muss noch nicht gesehen sein. Das ist halt gleich dazu gesagt. Okay, gut. Du bist also optimistisch. Ist ja auch schön. Verhalten optimistisch, würde ich sagen. Ja, verhalten optimistisch ist das schön. Ich bin euphorisch, aber vielleicht noch ein kurzes Wort zur Wahl in NRW, wo die CDU einen erstaunlich deutlichen Sieg davon getragen hat, während SPD und FDP stark an Stimmen verloren haben. Na, ich sage es mal so, abgesehen von den abermals gewinnenden Grünen ist die Wahl im größten deutschen Bundestag nicht gerade Rückenwind für die Ampelkoalition in Berlin. Zumal die SPD die zweite Wahl in Folge eine krachende Niederlage hingelegt hat und eine breite Unterstützung des Kanzlers sieht wirklich anders aus. Und man könnte es so ein bisschen an den Devisenmärkten sehen. Der Euro hat am Abend unter 1,04 gestartet, war dann unverändert. Aber man sieht schon so ein bisschen, das ist nicht positiv für Deutschland. Ob das jetzt wirklich damit zu tun hat, sei dahingestellt, passt auf jeden Fall tatsächlich ganz gut zu diesem Wahlergebnis. Und passend tun auch Zahlen, die es am Sonntag gab, nämlich wie zur Untermalung der neuen Börsenhackordnung hat das neue wertvollste Unternehmen der Welt am Sonntag eben das beste Quartalsergebnis seit seinem Börsengang vorgelegt. Der saudische Ölkonzern, nämlich Saudi Aramco, konnte den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 82 Prozent auf 39,5 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie gewann gestern gut vier Prozent. Ja und am Donnerstag hatte ja Saudi Aramco Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt entthront. Apple ist jetzt mit 2,381 Billionen Dollar bewertet und Aramco mit 2,48. Apropos Rekord, den gab es auch bei den Vergütungen der amerikanischen Konzernlenker. Der Median, der CEO-Gehälter, das ist ja sehr mittelspannend, wo dann links und rechts davon die Bosse genau das Gleiche verdienen, hat im vergangenen Jahr mit 14,7 Millionen Dollar einen neuen Rekord erreicht. Das hat den Studios Wall Street Journal gezeigt. Im vergangenen Jahr waren das erst 13,4 Millionen. Und zum Vergleich, 2012 lag das Medieneinkommen erst bei 7 Millionen Dollar, hat sich also weniger als eine, also binnen weniger als einer Dekade verdoppelt. Ich finde ja diese Rankings immer total spannend und spannend ist ja dann auch immer, wer hat denn am meisten bekommen? Und neun CEOs haben mehr als 50 Millionen Dollar eingestrichen, ganz von David Kern, oder David, ja Kern wahrscheinlich, von Expedia mit 296 Millionen Dollar, vor David Zaslav von Warner Brothers Discovery mit 247 Millionen, dann ein alter Bekannter, Bill McDermott, der ehemalige SAP-Chef. Der Mann mit der Sonnenbrille. Genau, der Mann mit der Sonnenbrille, der ist ja jetzt bei ServiceNow, der CEO und hat 166 Millionen Dollar abgegriffen. Und dann kommt ein so richtig bekannter Apple-Chef Tim Cook, 98,7 Millionen Dollar und Jamie Dimon, der legendäre Jamie Dimon von JP Morgan, 84 Millionen Dollar. Und die Analyse des Journals zeigt allerdings, dass eine hohe Vergütung nicht immer mit einer exzellenten Leistung einhergeht. So stand nur einer der 25 bestbezahlten CEO auch an der Spitze eines der 25 bestperformenden Unternehmen. Tja, Leistung muss sich lohnen, heißt zwar immer so schön, aber da oben, da stopfen sich viele einfach die Taschen voll. So, da muss ich ja mal meine sächsische Herkunft hier wieder bemühen. Und wir müssen natürlich auch über Elon Musk sprechen, der ist zwar in diesem Ranking nicht vertreten, aber trotzdem müssen wir nochmal über ihn reden. Schließlich hat er am Freitag für große Verwirrung gesorgt. Er hat offenbar Zweifel an der Höhe der Zahl der gefälschten Twitter-Konten. Und er hat ja Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Und jetzt hat er gesagt, naja, bis wir das geklärt haben, wie viele der Konten denn wirklich echte Konten, wie viele da irgendwelche Bots und sonstige Fake-Accounts sind, da lege ich meine Übernahme erstmal auf Eis und die Aktie von Lothar aufhin rund 10 Prozent auf 40 Dollar. Ja, wir erinnern uns, die offizielle Übernahme-Offerte lautet ja auf 54,20 Dollar die Aktie. Und gestern dann echauffierte sich Musk auch noch darüber, dass die Anwälte von Twitter ihm mitgeteilt haben, dass er mit diesem Vorgehen vom Freitag gegen seine Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen habe. Termine, lieber Holger, du? Ja, kann ich gerne machen. Daimler Truck legt Zahlen vor Ryanair gleich heute am Montag und Vinyl.de und Vantage Towers. Dann gibt es Hauptversammlung bei SAP und Deutsche Bank. Bei der Deutschen Bank wird ja der Aufsichtsratschef Paul Achleitner seinen Abschied machen. Und in Übersee gibt es Walmart, Target, Home Depot, dann eine Aktie, Grüße an Defner, Jumia am Dienstag, Sea Limited, Cisco, Palo Alto, Networks, Stier und Footlocker. Und dann gibt es auch noch ein paar Makrodaten, Großhandels- und Produzentenpreise in Deutschland und das EZB-Sitzungsprotokoll. Und da wird man mal gucken, wann denn nun die Zinserhöhung sein soll, ob im Juli oder erst später. Und man wird auf ein Antifragmentierungsinstrument schauen, also die Frage, ob die EZB ein konkretes Bond-Kaufprogramm irgendwie vorbereitet, um möglicherweise Spread-Ausweitungen von Italien einzudämmen. Antifragmentierungsinstrument. Klingt gut. Wieder was gelernt. Das Thema des Tages. Eine der zentralen Erkenntnisse unserer Bonus-Folge mit Fondsmanager Vasili Papas vom Samstag lautet ja, es braucht irgendwie einen ganz neuen Blick auf Aktien. Ihr sollt nicht darauf schauen, wie viel eine Aktie vom Hoch verloren hat, denn da sagt nichts oder nur wenig darüber aus, ob eine Aktie wirklich günstig oder teuer ist. Entscheidend ist vielmehr, wie eine Aktie jetzt bewertet ist. Und hier kommt eine alte Bekannte ins Spiel, nämlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sogenannte KGV. Ja, genau. Ihr erinnert euch, beim KGV wird einfach der Kurs der Aktie durch den Gewinn der Aktie geteilt. Und dann weiß man, wie lange es dauert, bis der Gewinn den Kaufpreis der Aktie wieder eingespielt hat. Ein KGV von etwa 10 heißt also, dass der Aktienpreis nach 10 Jahren erwirtschaftet worden ist. Und die Kenngröße bei Tech angewendet funktioniert natürlich nur bei Firmen, die überhaupt ein Gewinn machen. Heißt ja auch Kurs-Gewinn-Verhältnis und nicht Kurs-Verlust-Verhältnis. Und wir haben jetzt für euch mal die Tech-Welt durchkämmt und nach Aktien mit niedrigen KGVs geschaut. Und dabei haben wir nicht nur auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis in diesem Jahr geschaut, sondern auch auf das vom kommenden Jahr und von 2024. Und für diese Jahre existieren ja Gewinnschätzungen der Analysten. Und so lässt sich auch ein entsprechendes KGV berechnen, in dem der aktuelle Kurs dann durch den erwartenden Gewinn je Aktie von 2024 etwa geteilt wird. Eine Einschränkung gleich vorweg. Eine niedrige Bewertung kann auch auf Probleme wie ein stagnierendes oder schrumpfendes Geschäft hindeuten. Oder aber spiegeln, dass es sich um ein sehr zyklisches Tech-Geschäft handelt. Entsprechend finden sich vor allem Halbleitertitel unter den günstigsten, aktuell günstigsten Tech-Aktien. Micron Technology etwa weist für dieses Jahr ein KGV von 8,6 aus, für das kommende von 5,7 und für 2,24 von 5,3. Damit ist Micron die günstigste aller Tech-Aktien überhaupt. Und weißt du, dass Qualcomm, das ist ja auch ein Chip-Hersteller, der hat ein KGV von 14, zumindest was dieses Jahr die Gewinne anbetrifft. Und das soll dann bis auf 10 fallen. Ein TSMC, das ist ja Taiwan-Semikontakt, da hat ein KGV von deutlich unter 20. Broadcom hat ein KGV, was von aktuell 30 auf 15 fallen soll. AMD von 32 auf 16. Nvidia, da sieht man, das ist schon ein bisschen höher, das KGV. Deswegen hat die Aktie auch mehr verloren jetzt zuletzt. Von 46 ist das KGV mit den Gewinnen von diesem Jahr. Und das soll, wenn man die Gewinne von 2024, auf 26 fallen. Das Problem ist nur, bei Chip-Unternehmen sind die Gewinnschätzungen sehr unsicher, weil schon kleinere Konjunkturschwankungen oder eben Änderungen im Tech-Zyklus alle Prognosen über den Haufen werfen können. Ja, auch Hardware-Titel sind gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis relativ günstig. Lenovo, Dell, Western Digital, HP, Samsung Electronics oder Seagate haben allesamt einstellige KGVs. Allerdings ist das Wachstum ziemlich unterschiedlich. Bei Lenovo oder HP gibt es wenig Wachstum, ganz anders bei Samsung und Western Digital. Und dann gibt es natürlich noch Big Tech. Und hier sticht das KGV von Alphabet hervor. Auf Basis der 2024er Gewinne liegt diese Kenngröße bei 13,4. Und auch das KGV von Apple sieht mit 21 gar nicht so teuer aus. Und ein KGV von 21 hat auch Microsoft. Und selbst bei Amazon soll das KGV auf 21 im Jahr 2024 fallen. Also wenn man Big Tech sich anguckt, ist es inzwischen recht günstig. Noch günstig, deutlich günstiger sind Meta mit einem KGV von 11 oder Netflix mit einem KGV von 12,8. Doch bei den beiden Unternehmen weiß niemand, ob die Gewinnerwartungen auch wirklich erfüllt werden. Also da sind sie halt besonders unsicher. Und ja, die Prognosen sehen erstmal ein ordentliches Wachstum für beide Firmen. Aber das halten nicht nur wir für fraglich. Und dann gibt es noch ein anderes Unternehmen, was recht günstig ist. Nämlich die Software-Schmiede Electronic Arts mit einem KGV von 16. Die haben ja das Spiel FIFA gemacht, was jetzt umbenannt worden ist. Und das könnte nochmal ganz neuen Schwung reinbringen. Also KGV von 16 ganz günstig. Und ein Kuriosum ist eine Aktie, die wir ja auch schon mal vorgestellt haben, nämlich Ebay. Und das KGV, der Aktie ist auf Basis der 2024er-Gewinne sogar einstellig. Auch Fintech-Firmen wie Feeserve oder PayPal weisen günstige KGVs auf. Aber hier weiß man eben auch nicht wirklich, ob das Wachstum so stattfindet, wie es jetzt vorhergesehen wird. Und ein Schnapper ebenfalls ist Match Group. KGV von 20. Davon sind die Hype-Aktien weit entfernt. Also gucken wir uns mal an die Hype-Aktien. Das sind ja die, die heute noch keine Gewinne machen, aber wo das so bis 2024 der Fall sein soll. Und schauen wir mal auf Snowflake. Das wäre dann ein KGV in zwei Jahren von 507, Cloudflare, 329, UiPath, 246. Ihr merkt schon, das sind echt hohe Werte. Und obwohl die Aktien bereits bis zu 70 Prozent vom Hoch verloren haben, sind sie noch nicht wirklich günstig. Und diese Aktien eignen sich also eigentlich nur für fallende Zinsen. Und dann allerdings sollten sie mit Hebel laufen. Und auch bei Hype-Papieren deuten sich besonders günstige Titel an. Auffällig ist etwa, dass DocuSign auf den 2024er Gewinn nur noch ein KGV von 34 hat. Und selbst Palantir kommt dann auf einen Wert von 28. Doch wie gesagt, ihr müsst immer die Gewinnentwicklung im Blick behalten. Und diese Werte gelten nur, wenn die Erwartungen der Listen weiter erfüllt werden. Also KGVs immer mit Vorsicht genießen. Aber die können schon eine gewisse Richtschnur geben. Und bitte nicht nur gucken, wie viel die Aktie vom Top verloren hat. Lieber Holger, du weißt doch, dass ich immer gerne von meinen Jahrhundertaktien spreche. Ja, das machen wir ja beide ganz gern, die Jahrhundertaktien. Das sind die mit der Disco-Kugel. Ja, das stimmt. Und anhand zweier von uns gekürter Jahrhundertaktien wollen wir heute mal ein Plädoyer für den Aktiensparplan halten. Also für Jahrhundertaktien gibt es natürlich keine offizielle Definition. Das gleich mal vorweg geschickt. Das sind unsere eigenen Kreationen. So nennen wir Papiere von Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie den Zukunftsmarkt oder eine Plattform beherrschen werden. Genau. Und zwei von diesen Unternehmen sind Nvidia und Coinbase. Die habe ich deshalb bei dem Depot. Ja, da kann ich auch nur sagen, habe ich auch. Und die gelten ja inzwischen auch so als die Klassiker. Das stimmt. Wir wollen allerdings auf etwas ganz anderes hinaus. Was beide eint, ist, dass sie im jüngsten Techcrash deutlich unter die Räder gekommen sind. Bei der einen Aktie stört mich persönlich das gar nicht so sehr und bei der anderen umso mehr. Und das liegt an der Sparplan-Idee. Denn bei Nvidia kaufe ich mir Monat für Monat jeweils für ein paar Euro neue Anteile an Nvidia hinzu. Und da fällt es mir ehrlich gesagt relativ leicht, diese aktuell noch deutlichen Kursverluste auszuhalten. Schließlich erwerbe ich ja momentan sehr billig neue Anteile hinzu. Und weil das Unternehmen für mich ja ein langfristiges Investment ist, Stichwort Jahrhundertaktie, schaue ich dem Treiben doch derzeit relativ entspannt zu. Anders sieht das allerdings bei Coinbase aus. Und die Aktie hat ja seit ihrem Hoch ungefähr 84 Prozent verloren. Auch hier gehe ich davon aus, oder gehe ich weiter davon aus, dass dieser Kryptomarktplatz seine beherrschende Stellung behält und die Aktie im Laufe der Jahre wieder deutlich an Wert gewinnt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auch wenn der Anlagehorizont sehr langfristig ist, muss das Papier jetzt erstmal wieder 425 Prozent zulegen, um überhaupt wieder beim Einstiegsniveau zu sein. Da muss das mit den NFTs auf der Plattform sehr gut laufen, damit das wirklich passiert. Und was wollen wir euch mit dieser Triple-E-E-D sagen? Naja, dieses Umfeld zeigt mal mehr, wie sinnvoll es sein kann, einen Teil seiner Geldanlage, seiner Aktieninvestments über Sparpläne laufen zu lassen. Denn Teilen können wir den Markt ja ohnehin nicht. Sprich, den besten und den günstigsten Moment für den Einstieg findet praktisch niemand. Außer der Defner vielleicht. Wenn man immer nachkauft ins Feld, hat man auch irgendwann mal einen Tiefpunkt. Wenn man aber von einem Papier grundsätzlich überzeugt ist, wie etwa von Coinbase oder Nvidia, dann kann man via Sparplan eigentlich immer einsteigen. Heute, morgen oder auch vor einem Jahr. Wenn ihr also Aktien identifiziert, deren Geschäftsmodell ihr langfristig für attraktiv haltet, dann ist der Aktiensparplan eine gute Wahl. Zum einen wegen des rein rationalen Cost-Average-Effektes. Und dann eben auch aus psychologischer Sicht. Kursrückgänge oder sogar Crashs tun euch mental dann nicht so weh. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und viel positives Feedback hat uns erreicht zur Bonus-Folge mit Vasili Papas. Frank schrieb, das war mal eine wirklich tolle Folge. Viel gelernt und trotzdem spannend und sympathisch rübergebracht. Und Flo schrieb, der Herr Papas war wirklich eine Bereicherung. Und Jürgen hat geschrieben, super AAA-Podcast heute und ein guter Kontrast zu Florian Hom der vergangenen Woche. Ja, das stimmt allerdings. Das ist, größer könnte er nicht gewesen sein, der Kontrast. Ja, wir versuchen ja immer ganz verschiedene Gäste einzuladen, um ganz verschiedene Blickwinkel zu bieten. Und ja, bis hin zum Hedgefondsmanager. Und zum Thema Hedgefonds hat Klaus Michael noch eine längere Frage, eine sehr kluge Frage, muss man sagen, wie wir morgen beantworten werden. Das solltet ihr nicht verpassen und deshalb gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.